Willkommen zurück. Wie versprochen haben wir hier was zu spielen. Wo sind wir eigentlich? Im Club Wiesnau? Hier ist der Club Wiesnau. Ebenfalls. Jetzt auch hoffentlich mit ein bisschen, ich glaube man hat es bei Wölfenstein. Ist nicht sonderlich gesehen, dass ich das ein bisschen hoch skalieren musste. In den letzten Aufnahmen habe ich ein bisschen, ich hoffe das ist jetzt besser. Ich habe da ein bisschen das Spiel im Fenstermodus gehabt und das war ein bisschen klein und da musste ich es ein bisschen hoch skalieren. Ich meine es spielt jetzt sowieso keine Rolle, wenn wir das hier spielen. Wow, diese Grafik wirkt äußerst realistisch. Als wäre ich wirklich im Spiel. Tja. Ebenfalls. Flucht aus Wölfenstein. Aber wir können jetzt wirklich alles durchspielen, wenn wir es schaffen. Hier zwei, drei. Hier haben wir 1, 2, 3, 4 Modi. Darf spielen, nicht wehtun, dass sie nur kommen, denn er hat den Tod. Wir spielen auch hier den zweitschwersten Modus. Jetzt geht es bei Psycho. Oha. Sogar eine alte Grafik. Ich öffne die Tür. Schauen wir mal. Schauen wir mal nicht durch, weil ein Nazi im Weg liegt. Okay, das kennen wir schon aus Teil 1. Jetzt sind wir keine Nazis hier. Okay. Ein Hähnchen ist hier. Hier haben wir die Nazis entfernt. Jetzt müssen wir das Hähnchen erschießen. Sehr schlecht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wahrscheinlich, weil wir den einfachen Modus spielen. Es gibt hier weniger Nazis drin. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Die Spinsen sind nochmal weiter. 11 zu 1%. Ich glaube ich sollte mal Heilung besorgen. Ich weiß nicht, wozu wir heiraten. Natürlich nicht. die Haken kurz drin in der deutschen Person. Haben wir irgendwo Heilung? Ist mir gar nicht so schlecht. Das Nazi Gold. Noch lebe ich mit 1% Health. Das ist eine schwierige Schwierigkeitsrad. Und die Luft aus. Okay. Wieder hier. Und wir helfen. Ach so, die Recherchen sind hier. Die Heilung. Finde ich übrigens sehr schön, dass die es hier wieder eingebaut haben. Fand ich schon ein Wölfenstein-Dinno-Order. Toll, dass wir das mal spielen konnten. Auf dem Bett, da konnte man Elbtrum spielen. Kann man jetzt, wie es ausschaut, das ganze Spiel durch spielen. Ein Spiel im Spiel. Ist immer schön. Und die. Und die. Das ist ein Geheimverstück, oder was? 1930. 250 100 100 500 100 800 100 100 Bisschen Heilung, nur bei 100, ok, 2 Brunnen, das bringt nichts, sind wir längs, oh nein, oh, hier ist ein Reingang, Munition, nur eine Waffe, oh, hier ist ein Reingang, 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 ich kann nicht ein Reingang, ich muss nicht ein Reingang, ich muss ein Reingang, ich muss ein Reingang, ich muss doch jetzt der Fahrstuhl hinter sein, oder nicht, ich muss doch weiter ans nächste Level gehen, ok, ich muss doch jetzt weiter, oder nicht, Nächste Etage, Floor 1, das ist nur eine 2. Etage, Oha, wenn wir hier einfach so ein Pumpe jetzt. Hundefutter. Okay, wo sind wir hier? Hier geht es nicht weiter. Munition ist am Ende mal. Vielleicht, dass wir den einfachen Modus gewählt haben, sind hier auch nicht zu viele. Deswegen nehme ich auch noch. Das bräuchte mal an Heilung. Hinteres Prozent habe ich noch. Oder ist noch mehr? Munition. Hellung. Hier ist schon die. Da liegt noch Nazi Gold rum. Das ist ein paar Prozent. Das ist ein paar Sekunden. Das ist ein paar Sekunden. Also. Das ist ein paar Sekunden. Ich habe noch nicht einmal die Sekunden. Das ist ein paar Sekunden. ist der zählblock niemand hier auch hundert prozent habe ich ok da waren wir schon vielleicht hier lang da waren wir auch schon das oder was auf dem kreis Die blaue Tür sieht so verlockend aus, aber dann kommen wir wahrscheinlich her. Ok, jetzt ist das Gefängnis. Sieht doch wie eine Fahrstuhl-Tür aus. Haben wir noch nicht alles so da. Komm, können wir da mal nicht her. Haben wir schon. Ok, ich verstehe nicht ganz. Warum wir da noch nicht her können. Hier waren wir schon. Müssen wir jetzt das Bestimmtes finden. Hier waren wir auch schon. Hier waren wir noch nicht. Müssen wir natürlich an den Nazis erschießen, die uns zum Weg kommen. Das wird sich gut lohnen. Hier haben wir jetzt. Mehr Händung Okay, das war ein Russe Oder ein Koch Was sucht der denn hier? Schauen wir es gut zusammen So wie es sich gehört Und die Munition Ich hoffe wir spielen das heute hier erstmal Vielleicht wird es ein ganzer Part Und die Munition von Wehr in jeder Ecke Die gibt es auch nicht alle Okay, wieder zurück Wenn man davon mal einen Netztest machen könnte Also von dem original Wölfenstein 3D Ich weiß nicht, ist das noch in Deutschland Ich weiß es nicht Dann ist es ja Kommt langsam an das Wir waren schon in der Fahrstudio hier waren wir offensichtlich schon hier waren wir auch schon das Fahrstuhl war irgendwo hier auch so hier haben wir noch nicht lang was hält uns hier noch auf hier sind noch welche noch einiger ok ok heilung nur gebrauchen schlüsse sehr schön da waren die schlüsse für die tür schlüsse aussagen die hier die generale spieler redespieler schlüsse 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 und Nichts Ich hätte gedacht wir kommen jetzt da mal durch Da gibt es hier noch eine andere Tür, die wir damit aufschließen können. Hier kommt wahrscheinlich nicht durch. Dann noch mal den ganzen Weg zurück. Das finde ich ja seltsam. Wo waren wir denn noch nicht? Und ein Platz, wo wir noch nicht waren, wo der Schlüssel hin muss. Und hier vielleicht. Ah ja, hier. Hier geht es weiter. Und hier ist der Fahrstuhl. Nice. Okay, cool, 97%. Okay. Der dritte Flur. Das Spiel wird erst beendet, wenn wir es geschafft haben. Und dann werden wir gedötet worden. Schaut nach. Schaut nach. Schaut nach. Nicht schaffen wir es hier so wie ich es mal. Da ist es wirklich toll. Zum Beispiel. So mache ich mehrere Parts draus. So mache ich mehrere Parts draus. Und dann die richtige Tür finden. Und dann die richtige Tür finden. Das müsste nicht immer das sein, was man zuerst vermutet. Das ist 100% Heilung. Aber hier ist nichts mehr Interessantes. Das wird uns eigentlich beim Doktor melden. Aber wir spielen die erst mal. Okay. Fahnd. 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 Hier waren wir scheinbar schon. Fahnd. auf dem leben gibt es hier fünf oder wenn es irgendwie gibt dann sind wir ja relativ gut dran den Bosskinen haben wir hier noch nicht gefunden dafür dass später noch kommt hier sieht wichtig aus die roten sind so ein bisschen größer die sind ein kleiner Boss den wir hier haben die Russen hier wie es ausschaut hier wissen sonst verstehe ich immer dass die sagen was schaden so gut wenn wir hier immer denken hier waren wir schon mal There is someone here to defend this scheint hier in der sergasse zu sein wir haben wieder den Brunnenraum, Rüstungsraum der 100 Zwingung ok ok, zurück hier Das war's für mich, zuchtern. Oh, hier sind viele Schätze. Er ist gut, ich komme. Okay, noch nehmen wir. Noch schaffen wir's hier durch. Wir sind gerade relativ erfolgreich. Hier durch. Okay, die Westen sagen, wir hatten ein bisschen aus wie ... ... mit der Farbe. Ein bisschen wie die Nazis aus. Jetzt weiter. Und hier wieder zurück. Wir waren auch schon. Ich sehe, da kann man sich schnell verirren. Aber es war durch der Engel. Wenn wir hier sehen. Wenn wir zum Engel zurückkommen. Dann wären wir mal hier lang. Dann wären wir mal hier lang. Wenn du das im Blick vermeidest, ist vielleicht gar nicht verkehrt. Okay, hier waren wir auch schon. Ey, hier waren wir auch schon. Ist ne Sackgasse. Okay. Nein. Ja, schauen wir wie viele Parts ich hier rauskriege. Die waren überall schon. Orientierungslos durch das Spiel Wir waren aber schon am Anfang Wir haben den Zug Geheimgang. Jetzt hat man den Zug gehen. Oha. Geheimgang. Weiter geht es hier nicht. Ein bisschen Heilung gibt es. Komischerweise muss es doch hier weiter gehen. Aha. Okay, wir haben den Fahrstuhl gefunden, aber wir haben noch keinen Schlüssel dafür. Wir müssen uns den Fahrstuhl merken, wo der ist. Das ist der Leid für einen langen Flur. Irgendwo liegt hier noch ein Schlüssel. Oha. Genau, auch schon zweit einmal. Oha. Das ist nichts bedeuten, dass es nur ein Nebenkümmer ist. Tja. Im Grunde gefallen ist der Schlüssel nicht. Tja. Im Grunde gefallen ist der Schlüssel nicht. Nichts. Tja. Tja. das ist eben drei jetzt nicht so dass sie mit der frist finden müssen sie jetzt nicht durchspielen Ich habe einen Blick. Ich habe einen Blick. Ich habe einen Blick. Und hier sieht es ominös aus. Soll ich hier vom Bildschirm nicht empfehle, weil es zu stupide ist, wenn ich vorangehe. Ich werde immer noch durch das Spiel. Okay. Okay. Tja. Ja. Hier wollen wir noch nicht früh. Mit kleinen Schüsse. Keine Schüsse, ich bin enttäuscht. Keine Schüsse, ich bin enttäuscht. Tja. Entschuldigung. Tja. 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 Schau Schau, schau, schau komm her Okay, ich hab ein Highscore, ich gehe 6500 auf Platz 2 Max Hass und Karolin auf Platz 3 Wolfenstein, Wolf, Steven 3D Jo, zurück in die Live, äh, beziehungsweise im Spiel Zurück im Spiel, vorm Spiel Auf Wiedersehen Die Stimme sagt, Sie haben große Schmerzen Etwas frisst Sie sind in der Kopf Erstmal trinken Jetzt zu Gratina Wunderschön Geht nicht Schade, keine Musik Tja Mein Highscore Wundervoll Jut Fantastisch Du sagst es Stimme, sagt die Stimme mir Dieser Mann ist der Größte aller Kinder Stimme Jut Untertitelung des ZDF für funk, 2017